Musik 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 Genau übernimm du den äh Cyrus Typsy Musik 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 Let's get the fuck out of here! Hey, you're so cool! Yeah! Du hast ein Schimpfwort, Brütt! Es funktioniert wieder alles! Echt? You don't tell anyone what you saw, do you understand me? Kinsey, he really wasn't all that good. I. Said. Anyone. Hey, you got it. Just saying, it was a cute Poodle's gun. Haha! Hallo, Schatz! Hallo! Wunderbar! Jobstep-Kamera! Haben wir doch schon! Moin! Ich hab sogar ein Schwein! Hm. So, hey! 31 von 37! Du hast pausiert. Ich weiß. Hm? Kennst du's denn anders von mir? Es, äh, ist ja, es, ähm, ne? Gehört ja, und so weiter. Oh! Loyalität! Mach! Superbegleiter Kinsey! Boah, und das noch machen? Ja! Also los, hauen wir hin! Oh, Tage! Triff dich mit Kinsey! In der Simulation! Ja. Wo will man hin? Ich hab's schon. Ach, da vorne! Das ist ja wunderbar! Oh, hey! Ich hab auch noch! Sehr schön! Voll weit! Ja! Muss man hier lassen! Du bist weit gelaufen! Ja! Cyrus Temple! That government thug has been a thorn in my side far too long! As if he wasn't bad enough in real life, The even more messed up virtual one has invaded the simulation! We're going to see a point to destroy his base and end him once and for all! Dürfen wir ihn hauen? Dürfen wir ihn hauen? Dürfen wir ihn hauen? Dürfen wir ihn hauen? Müssen wir wieder mit Dubstep ganz arbeiten? Dürfen wir ihn hauen? Jetzt war ich! Warum hab ich wieder die Kante ohne? Oh man! Oh man! You saw! Ohhhh! Ich will noch einen Friendly Fire eben! Was war das denn? Du hast gerade das Auto nach hinten befördert! Soll ich auf dich warten? Jaaaa! Das wird total lieb! Komm ich halte sogar direkt vor der Tür! Oh das ist aber sehr sozial von Ihnen, Mister! Alles nur für den guten Zero! Jo! Block! Mach ich! Ah mit Schmackes! Oh ich hab's hübsch hier! Meine Frames, die spacken gerade zwischen 30 und 50 immer rum! Könnt ihr mal eben rechts ran fahren, wir wünschen nicht! Ähm, wir halten gleich! Ähm, wir halten gleich! Uhhh! Klaue einen Panzer! Okay, wir steigen mal aus! Oh, da ist noch ne Dings hier! Ja! Und du lockst! Jep! Ich bin's nicht! Ich bin's nicht! Und ich bin's nicht! Ich bin's nicht! Oh ich auch! Ach so, ja, Such! So, zerstöre die Stack-Ausrüstung. Na klar, gehen wir hin. Hallo! Wow, ich fahr hier hinsen mal rum? Okay, los. Teilen wir uns mal ein bisschen aus. Ich schwimme wie in Saints Row 3. Was sagst du? Ich schwimme wie in Saints Row 3. Hä? Wo ist er? Oh mein Gott! Ähm, hallo? Was machst du? Jetzt weiß ich nicht. Oh. Ähm. Du bist hingefallen. Ich würde gerade aus dem Panzer aussteigen. Ja, das Explosion-Shit-A-Caravan. Ja, das ist gut. Ich bekomme noch Energie. Hey, Kinsey. Are you still trying to fight a man's fight? Oh yeah! Oh yeah! Gib mir Buff. Und das! Wo ist er denn? Er ist weg. Warum? Oh manno! Finde ich die Verstärkung. Einschuss. Ich bin jetzt dran. Töte dich! Er ist noch nicht schön. Ich muss noch ein Bugs im Soar sein. Ich glaube, wir jetzt da. Ja komm, spaw deine neue Chips. Bam. Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Musik Das war schon aggressiv. Kurz, ganz leicht. Mitzi, mitzi, mini, mini! Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Ja, würde ich auch mal sagen. Wenn war es das? Haha. Wir müssen wieder auf die Insel zurück. Ach nö, dann kommen wir doch gerade her. Okay, also wieder zurück. Ach, ich hab einen. Next, head to the nearby tower. That's was the memory module. Right on. You're right on. You're right on the street. Just don't kill everyone before I get a few shots in. And it's so-shut. And it's so-shut. You're so-shut. My god, the Eldians is the door. Was soll das denn? I'm sorry. Zerstöre the Eldian Technologie. Jo, I'm sorry. It should be a good generator on the floating platforms around the towers. Destroy them and take their modules. Hey, I'm sorry. Alter, ich glaub das ja wohl nicht. Du spassten Köppel da oben. So, ich geh schon mal weiter hoch, ne? Genau, Robb. Äh, so nicht. Scheiße, ich dachte, man kann hier so hochlaufen. Ich hab's. Toll. Oh, scheiße, nur noch eine Minute. Alter. Alter. Ah, das ist ja fast scheiße. Ist aber scheiße knapp. Ah, ich bin auch gleich da. Gut, sie haben eine Band der Powering auf der Schild. Just destroy diese Generator und du solltest die Gravitationsinhibitor. Ich kenne Bullshit, Kitty. Sie sehen genau wie die letzten Wurzeln. Warum hast du keine Gravitationsinhibitor in denen gefunden? Darf ich mich für Generator, die aufhören? Ja, weil die letzten Wurzeln nicht hatten, weil sie auf der Flötenplattformen waren. Okay, ich bin sicher. Kommst du klar? Ja, ja. Weil sie nicht aufhören? Sie ist allein, ist sie? Well, fuck, nein. Äh, ist das der Fall? Danke. Danke, Karlu, geh' dir Hilfe. Yo, dog, der Scheiß ist aufhören. Ich sitze irgendwo. 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 Ähm, der Rubschrauber brennt. Aber ja, ich denke, ich kann. Ich sitze irgendwo. McKinsey, bleib' online. Genau. Ja, das ist gescriptet. Er soll brennen. Gut. Aber es ist so. Ja, ist ja gut. Er soll brennen. It's burning, Madara. Äh, nee, komm, das sei jetzt nicht. Schau, Gott. Ich werde nicht machen, wenn das Ding runter geht. Any land, die du wegst. Halt mal, ich sende Shandy, um euch zu holen. Du bist okay, Partner? Ja, ich bin okay. Es ist nicht so gut. Ähm, schließt mal bitte sie auf. Dankeschön. Johnny, bist du da? Wir sind immer noch kicken. Ich bin nur ein paar Sekunden raus. Nehmt mich, ich lasse nichts mit Johnny passieren. Äh, können Sie auch? Äh, das ist nicht, dass wir hier sind. Äh, einen Streiter zu verlassen? Was? Nein. Nein. Johnny läuft weiter. Warum? Ja, warum nicht? Hätte er mich noch fragen können. Steig genug, Schrauber. Das war ich. Sorry. Meine Schuld. Ähm. Schreibst du bitte ein? Hallo? Hallo? Was machst du? Schöne Heli. Guck mal, hast du eingestellt? Ich konnte nicht in den Heli einsteigen. Was soll das denn? Ich hab mich kaputt gemacht. So zu reparieren. Ich glaub, ich hab's schlimmer gefunden. Tschüss. Tschüss, Heli. Ich hab's nicht in den Heli einsteigen. Hahaha. Hahaha. Ähm. Ja, nur mal vom Checkpoint, ne? Was machst du? Warum schmeißt du auch das letzte Spielzeug um? Hallo? Hallo, ich konnte in das Scheißling nie einsteigen. Du musst das auch nicht klicken. Es ist deine Reaktion, wenn etwas nicht funktioniert. Du machst es sofort komplett nett. Na ja, klar. Warum denn nicht? Würdest du mit der schwarzen Lochkanone bitte aufhören? Warum? Das ist der. Ist doch so schön. Du bist da? Wir sind noch ein paar Sekunden raus. Ich bin nur ein paar Sekunden raus. Ich bin nicht schade, ich werde nichts passieren. Johnny, äh, zu ihr beiden? Eh, das ist nicht so, dass wir da sind. Als Schandi kommt da hin, sicher, dass die Bereitungen klar sind, dass sie sich in der Lage sind. Genau. Ja, genau. Die Bereitungen sind klar. Bitte nicht, Kaputtmann. Ich hab's nicht in diesem Ort. Du gehst ran und drückst einfach nur E. Ja. Na? Hallo? Sehr schön. Und vorhin ging das nicht. Danke. Ich fang gerade erst an. So, stelle den Schüssel fertig. Oh, 3.300 Meter. Jungen. Das möchtest du schneller als ich? Ich bin leichter als du. Ich glaube dir kein Wort. Oh, warte, hier ist noch ein Audio-Log. Fahre mal ein. Äh, ich weiß sowieso gar nicht, wie viele noch fehlen. Aber irgendwie würde ich dann noch gucken, dass ich diese restlichen, äh, Dinger da noch, diese Herausforderungen schaffe. Irgendwie muss das gehen. Ich schwebe. Oh, toll. Oh, toll. Er hat eine von Aliens kontrollierte Nachbarschaft. Was? Nö. Er lügt mich an. Den kontrollieren wir. Wir sind die Chefs hier. War ich. Er ist da. Hä? Kleiner Vordringleidu. Einfach aus Prinzip. Ja, ja. Oh mein Gott. Drei Quellen brauchen wir. War Steiner, der Ollsteiner Pepsi. Einmal zum Signalbereich. Ich mach die Pepsi Quelle. Wir sehen uns dann so in, äh, Wochen. Welche Quelle soll ich machen? ich bin gerade in der Luft hängen geblieben ich finde die Batterie hier unter ihr habt es gefunden sehr schön und zum nächsten wo ist er wo ist er ich erfahre mich gerade schon wieder ah ich habe es gefunden erfunden hallo ich kann nicht wo ist Murrowat kratz ab ich bin Willst du dich hören? Der Generator da oben ist noch nicht aufgerufen. Das sagt, die Zinn sind gerade mehr Sicherheit in den restlichen Zellen. Ich glaube, hier haben wir nur den Prozess. Johnny ist richtig. Just admit, was du getan hast. Du bist sehr glücklich, derbe bei mir zu gehen. Du bist sehr glücklich, derbe bei mir. Was könntest du tun, Bossy, wenn du in der Stadt bist? Ich weiß einen großen kleinen Pizza-Place in der Stadt. Ich liebe Pizza. Vielleicht ein Film danach auch. Was spielt das? Angst und Angst. Sieht ein bisschen ernsthaft. Ich gebe es dir. Der Schild ist aufgerufen. Nur eine Zelle. Die Zelle ist nicht weit. Wir sind näher der letzte Power-Zelle. Moment. Du fühlst dich schuldig? Oh ja. Oh ja. Sieht so, wie Cid richtig war. Oh, was willst du denn? Ja, komm her. Ja, komm her. Ich mach mal. Und dann komm her. Wollte sie wieder. Nein, ich mach einfach zu töten. Nein, ich mach einfach sie zu töten. Glück, ne. Wieso? Mit letzter Kick kaputt. Ich geb dir die Schuld. Immer doch. Ich bleibe übrigens zwischendurch immer mal so im Bereich stehen und komme nicht weiter. Siehst du schon. Alter. Oh, was ist das denn? Um Gottes Willen. So, komm, schieß. Und der Ömme ist weg. Ich erkenne nicht, ob ich irgendwas treffe, ne. Ich schieße einfach nur. Ja, bei mir ist das Problem, dass Sid genau immer hinter mir steht. So, komm. Ah, die Schildgeneratoren kann man damit kaputt machen. Ich war jetzt ein Teil davon. So, den haben wir. Ja, dann übernehme ich grad. Jo. Alle. Opsch. So, der ist weg. Wo ist das, was er uns auch noch abschießt? Klaue den Panzer. Begib dich zur Startposition. Du musst zu Kinsey. Ja, ich bin auf dem Weg. Ah, ich bin ausgestiegen. Fuck. Wieso, du bist doch drin. Ja, ich bin da halt grad aus dem Sinn ausgestiegen. Tja. Aus mich. ig. Ich bin da grad, ich könnte ja rein theoretisch...